Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Road to Glove Unboxing. Eigentlich wollte ich ja heute ein Matchmaking Highlight Video hochladen, aber weil ja noch ein Keyway zum Auflösen war, bzw. ist, werde ich das jetzt in einem Road to Glove Unboxing Episoden machen. Ich habe heute keinen Greenscreen hinter mir, weil ich zu voll war, dass ich den aufstelle bzw. aufbauen. Aber ich habe für die 20. Episode habe ich mir etwas überlegt und zwar werde ich heute nicht 10 Kisten, sondern 20 Cases aufhebeln und ich werde noch etwas anderes machen. Und ich habe das vorher. Normales habe ich ja immer gesagt, ich mache 10 Kisten pro Episode auf. Dann weiß ich immer, okay, ich habe schon so und so viele Kisten aufgehebelt, bis die Handschuhe halt kommen. Aber ich werde das jetzt versuchen, dass ich da unten im Video dann irgendwo einen Timer mache, wo der halt mitzählt, wie viele Kisten ich schon aufgehebelt habe. So kann ich dann in den Videos verschieden oft, oder verschieden viele Kisten aufheben. Muss nicht nur 10 Stück sein. Und kann jetzt sozusagen eine Special Folge machen, wo ich 20 mal Blue ziehe. Ah, fangen wir schon mal Blue an. Wie, wie so ein. War ja auch am überlegen, ob ich mir die Hydra Kisten gönne. Ich bin aber für 20 Stück, würde ich dann glaube ich schon mal 28 Euro zahlen. Für, nur für die Kisten. Und das war mit ihm doch zu much. Das ist, dass ich dann 20 mal Blue ziehe. Aber ja, was soll's. Und meinen Geburtstag habe ich auch gut über die Runden gebracht. Und eigentlich habe ich ja auch gesagt gehabt, ich mache am Freitag kommt das Video. Aber ich bin gestern von der Arbeit nur noch nach Hause gekommen und war extrem fertig. Dass ich dann gleich pennen gegangen bin. Also ich war ja noch duschen, essen, schlafen. Und dann war ich halt nicht mehr motiviert, dass wir noch ein Video aufnehmen. Deswegen habe ich das einfach kurzer Hand auf heute verschoben. Wow. Das GbW lösen wir danach in den Kisten aus. Falls ich das jetzt noch nicht erwähnt habe. Eieieieieiei. Uh. Uh. Nee, der hat doch was. Nicht nur immer blau. Ich habe ja zu meinem Geburtstag auch, sage ich mal, ein Birthday. Kann man schon mal. Weil da habe ich letztens, glaube ich, einen Step-Track gezogen. Ja. Genau, um Step-Track. Da sind schon ganz durcheinander. Ich habe ja zu meinem Geburtstag auch, sage ich mal, ein Birthday-Case-Opening gemacht. Und habe mir gedacht, ich nehme dann halt die Highlights, schneide ich zusammen und... ...für ein Video. Aber da gab es nicht so viele Highlights. Oh mein Gott, was ist denn los? Geht doch. Da ist ein Blatt für uns, wie man sieht. Ja, der ist auch viel testet. Gucken wir uns gleich mal den Preis an. 6 Euro ist auch nicht so viel matchisch. Aber immerhin etwas mit der AWP und dem PS7, da ist mal okay. Also besser als sonst immer. Aber die Handschuhe wären halt doch noch... Krass, ne? Ist ja doch schon die 20. Episode. Nach dem Video sind es 210 Kisten. Ohne Handschuhe. Max 7. Ich hätte gerne einen Statif N. Beziehungsweise ich spiele nie in der Max 7. In dem Matchmaking. Aber ich glaube, ein Statif N einfach nur so... Mit 4 so Swagstickern drauf. Wäre schon ein krasser... Also ein guter Place-Kill. Würde mir schon gefallen. Eine AWP. Weil ich... Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber die ist die Primale Saber, finde ich dann auch mal einiges besser. Jetzt wird es aber wieder langweilig, wenn nur Blue kommt. Komm, gib mir die Handschuhe. 210 Kisten bat ich schon drauf. Aber es kommen einfach nichts. Und die Dona hat schon die fünften Handschuhe gezogen. Das ist unglaublich. Die Nova. Eieieieiei. Dann sind es jede nur noch 5 Stück. Es geht so schnell. Die Noah. auch so ein ranziges komm schon geh mal lass mich mal wieder placken gibt es ja nicht die letzten drei aber immerhin ein zweiter pinks gehen ich meine auch die es ist auch nicht viel paar euros aber nicht mehr es ist doch ein witz geben die der jetzt zwei es ist in das 200 kisten und sie ist die 210 geben ich bitte dich bitte doch ein witz aber noch mehr abp immerhin immerhin aber es ist alles viel zuerst die ist viel zuerst die ist viel zuerst viel zuerst viel zuerst ja guck mich trotzdem nach was die erwebeet es gerade für was jetzt gerade weg geht 12 euro das wären 24 mit der zweiten und dann sage ich 30 euro mit der mp7 und die aug geht für wieviel weg 32 ja runden wir auf 35 den blau und purple sachen 35 da bin ich doch noch im minus aber nicht viel also lief eigentlich besser als sonst aber auch noch nicht so wie ich es eigentlich will ich will nämlich die handschuhe ja gut dann war es dann mal damit das jetzt mal gucken wegen den giveaways es gab ja drei m4 a1 welcher industrie ist zu gewinnen eines unter dem kommentar so in dem ja ein kommentar unter dem video von der episode 17 kommentiert und das positiv bewertet und zwei gingen raus über die maio wenn ich jetzt mal die 2 ziehen die eine mit stickern geht wird die mit kommentare raus so zwei winters werden gebraucht so einmal haben wir hier den luke und einmal den luca ich habe hier jetzt mal eure e mail adresse ich werde das halt jetzt im video dann mal wie sagt man da jetzt ich würde einfach einen schwarzen balken darüber legen dass das halt jetzt im video nicht erkennbar ist und schon wo ihr halt herkommt bei der städte und auch eure adresse so ungefähr mal glück und schau nach 2 ich werde euch dann per e mail kontaktieren Luke ja egal Luke hat gewonnen indem ihr mir auf twitch erfolgt und luca hat gewonnen indem ihr mir auf twitter folgt so jetzt nebenbei noch mal erwähnt und so die dritte im film ist die mit der stickern die geht raus an den tp slash boy oh almu gönnt sich die zeit für seinen geburtstag ja und noch sogar einen tag mehr habe ich mir gegönnt weil ich so fertig war von der arbeit dann sage ich mal glückwunsch an euch drei tp slash boy ich werde dich über youtube kontaktieren bzw ich werde einfach auf den kommentar antworten hoffe du antwortest mir zurück dann mit deinem trade link dann kann ich da die skins raus offen und ja also eigentlich war es dann schon wieder mit dem video die zwanzigste episode man kann es jetzt auch mal eine special episode nennen 20 kissen war jetzt overall in ordnung ist es hätte viel schlechter laufen können mit meinem lack was ich momentan habe sollte ich mich damit eigentlich zufrieden geben aber jetzt nach 210 kisten wenn die handschuhe dann doch mal nicht schlecht wenn die kommen würden mit einem daumen nach oben würde ich mich freuen und dann was wollte ich noch sagen ja über die tausend abonnenten ich bin halt auf die tausend abonnenten haben empfehlt mich weiter teilt meine videos ich freue mich über jeden einzelnen support würde ich mich freuen und freue ich mich jetzt auch schon und dann ja abonnieren nicht vergessen falls ihr das noch nicht gemacht habt dann sage ich nur noch tschau und bis zum nächsten mal euer alex